Heiß, heißer, Sylvie Mais. Bei der Präsentation ihrer neuesten Dessous-Kollektion für Hunkemöller in Berlin zeigt sich die schöne Moderatorin wie gewohnt von ihrer sexy Seite. Und ohne BH, wie sie trotzdem so ein pralles Dekolleté zaubert? Ja, obenrum ist viel Fashion-Tape. Wie funktioniert das? Viel Tape. Ganz viel Tape. Dabei bietet ihre von New York inspirierte Kollektion so viele heiße Stücke. Ob rosa BHs, schwarze Spitzenbodys oder Ensembles in den verschiedensten Blautönen, hier ist bestimmt für jeden Geschmack was dabei. Ich glaube, wenn du die Sylvie Kollektion anschaut, dann siehst du, dass ich es mag, wenn es auf jeden Fall feminin und sexy ist. So New York City Vibe ist für mich wirklich dieses selbstbewusste, super weibliche, selbstbewusste Edginess. Es ist so ein bisschen mehr frecher. Ob ein Mann Sylvie derzeit in knapper Unterwäsche begutachten darf, das will sie nicht verraten. Aber ohnehin hat sie für romantische Stunden zu Hause ihr ganz eigenes Rezept. Lange, langes Kleid mit so einem Schlitz und dann Kerzen an und Kamin an und Jazzmusik und schön entspannt. Und so sieht man dich dann tatsächlich aus der Haare. Mhm, ja. Klingt ganz schön verführerisch. Da möchte wohl jedermann gerne mal Mäuschen spielen. Würde uns nicht wundern, wenn Sylvie bald einen Partner für ein Tänzchen bei Kerzenschein findet, wenn sie das nicht schon getan hat. Das ist kostenländer. алton Chirka 8 11 15 18 19 Vielen Dank.